6 ewig junge Tierkreiszeichen Die alterslosesten Tierkreiszeichen Heute werden wir über die Sternzeichen sprechen, denen das Schicksal eine unvergängliche Jugend verliehen hat. Leider kann niemand die Zeit anhalten und für immer jung bleiben, aber die Vertreter einiger Tierkreiszeichen schaffen es, immer jung zu bleiben. Tierkreiszeichen, für die es kein Alter gibt, sind ein Vorbild für alle anderen Tierkreisvertreter. Sie laden ihre Lebendigkeit und ihren Optimismus anderen auf und verbreiten eine positive Stimmung. Ewige Jugend, eine seltene Gabe, die das Schicksal nur außergewöhnlich glücklichen Menschen verliehen hat. Natürlich beeinflusst die Art und Weise, wie ein Mensch aussieht, die Position der Sterne zum Zeitpunkt seiner Geburt. Astrologen identifizieren nur sechs Tierkreiszeichen, die mehr Glück haben als andere. Wenn sie jedoch nicht in dieser Liste sind, seien sie nicht traurig, denn wenn sie das Geheimnis der glücklichen Menschen kennen, können sie auch anfangen, viel jünger auszusehen. Und so, hier sind die Zeichen des Tierkreises, die genetisch Jugend gelegt. Wassermann Die Vertreterin des Sternbilds Wassermann wird von Saturn beschützt und ist in der Lage, die Zeit zu managen. Mit dem Alter beginnt sie zu erkennen, dass sie sich nur um ihre eigene Meinung kümmert und nicht um die Worte anderer. Von diesem Moment an beginnt sie, in Harmonie mit sich selbst zu leben, und das Alter kann sie nicht mehr einholen. Die Wassermannfrau ist sehr positiv, lächelt viel und träumt, zieht Männer mit ihrem Charme an und fällt durch eine gewisse Exzentrik auf. Auf den ersten Blick ist es schwierig, ihr wirkliches Alter zu bestimmen, denn sie sieht sehr gut aus. Und das alles, weil sie ihre Jahre nicht bemerkt und so lebt, wie es ihr Herz und ihre Seele verlangen. Sie ist in der Lage, Dinge zu tun, die nicht typisch für Frauen in ihrem Alter sind. Sie ist in der Lage, Abenteuer zu erleben und Abenteuer zu bestehen. In einem solchen Lebensrhythmus wie dem ihren bleibt einfach keine Zeit, ihr Alter zu bemerken, auf Wunden und Falten zu achten. Steinbock Forscher sagen, dass eine Frau, die unter dem Sternzeichen Steinbock geboren ist, mit der Zeit verhandeln kann, weil ihr Schutzpatron Saturn ist. Manchmal scheint es, als könne sie den Zeiger ihrer biologischen Uhr um einige Jahrzehnte zurückdrehen. Die Steinbockfrau wird mit den Jahren nur schöner, weicher, ruhiger und hört auf, zu ernst zu sein. Ihr Leben wird immer unbeschwerter und lustiger. In der Regel spielt die Zeit der Vertreterin dieses Zeichens in die Hände, sie wird immer charmanter und reizvoller, Falten der Strenge und Strenge glätten sich. Diese Frau weiß, was für ein Geschenk ihr von oben gemacht wurde und versucht, in allem nur das Schöne zu sehen. Steinbock ist in der Lage, sich an kleinen Dingen zu erfreuen, nur das Gute zu sehen und Problemen gelassener gegenüber zu stehen, weil sie weiß, dass es keine unlösbaren Probleme gibt. Ein glücklicher Mensch altert langsamer als ein unglücklicher. WIDDER Die WIDDER-Frau kann mit einem Kind verglichen werden. Dank ihrer jungen Seele bleibt sie praktisch ihr ganzes Leben lang jung. Sie denkt nicht an ihr Geburtsdatum und zählt nicht die Jahre, die vergangen sind, weshalb sie um ein Vielfaches jünger aussieht als ihr wahres Alter. Die Energie des WIDDERS erlaubt es ihr, nicht nur innerlich nicht zu altern, sondern auch alle äußeren Makel zu vermeiden, Falten, graue Haare, Verlust der Sehkraft. Natürlich bleibt die WIDDER-Frau nicht ewig jung, sondern schiebt ihr Alter einfach auf später hinaus. In der Hektik ihres Lebens hat sie einfach keine Zeit, um alt zu werden. Jungfrau Eine weitere junge alte Dame ist eine Vertreterin des Sternbilds Jungfrau. Von klein auf achtet sie auf ihren Gesundheitszustand, hält sich an die Grundsätze einer gesunden Ernährung und bleibt nie taub für die Glocken ihres Körpers, die Beschwerden signalisieren können. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die Jungfrau-Frau stets ein blühendes Aussehen, Vitalität und Positivität vorweisen kann. Wenn sie eine bestimmte Lebensphase erreicht, erstarrt die Vertreterin dieser Konstellation buchstäblich in ihr und behält sie für viele Jahre bei. So ist es nicht verwunderlich, dass sie oft nicht nur von Bewundernden, sondern auch von neidischen Blicken begleitet wird. Was die Jungfrau betrifft, so kann man sagen, dass sie die Geheimnisse ihrer Jugend nie verbirgt und sie mit allen teilt, die kommen. Zwillinge Die Vertreterin des Sternbilds Zwillinge ist in der Lage, ihr Altern um viele Jahre hinauszuschieben. Sie ist sehr fröhlich, energiegeladen und rastlos. Deshalb denkt sie einfach nicht daran, dass das Alter sie eines Tages einholen könnte. Falten im Gesicht einer Frau Gemini können nur entstehen, wenn sie häufig lächelt und lacht. Eine positive Lebenseinstellung wirkt sich positiv auf ihr Aussehen aus und verleiht ihr Jugend. Keine Kosmetikerin ist in der Lage, ihre Haut noch strahlender zu machen, als sie tatsächlich ist. Darüber hinaus ist der Vertreter der Konstellation Zwillinge praktisch nicht verwenden Kosmetika, sie braucht es einfach nicht. Stier Der Stier ist das Tierkreiszeichen, das nicht altert. Oder sie altern sehr langsam und unmerklich. Sie sehen immer jünger aus als ihre Jahre und haben im Allgemeinen ein blühendes Aussehen. Von Natur aus streben Stiere immer nach maximalem Komfort. Eifrige Materialisten, sie zahlen nicht zu viel Aufmerksamkeit auf all die Liebe und Romantik, die die meisten Menschen nur essen, nerven. Und daher halten das Nervensystem in Integrität während des gesamten Lebens. Die Liebe zur Bequemlichkeit treibt den Stier dazu, sich so gut wie möglich in diesem Leben einzurichten und sein Leben zu organisieren. Das ist es, was es diesem Sternzeichen ermöglicht, länger zu leben als andere. Die einzigen Probleme, die mit dem Alter in Taurus entstehen, ist es eine Verletzung des Urogenitalsystems und Übergewicht. Deshalb helfen Sport und gesunde Ernährung. Wenn man sich nicht verausgabt, kann der Stier 100 Jahre alt werden. Waage Eine weitere junge Dame ist im Sternbild der Waage geboren. Sie kämpft jedoch ständig gegen ihr Alter an und lässt dem Alter keine Chance. Wenn sie ein graues Haar oder eine Falte entdeckt, eilt sie sofort in den Schönheitssalon und vernichtet auch den kleinsten Anflug von Alterung. Dank ihrer inneren Gelassenheit geht sie aus dem Kampf gegen das Alter immer als Siegerin hervor. Es ist ein rechtzeitiger Angriff, der ihr hilft, das Alter aufzuhalten. In der Regel verwandelt sich die Vertreterin dieses Sternzeichens in eine Frau ohne Alter. Sie kann 35 oder 55 Jahre alt werden. Darüber hinaus hat sie von Geburt an eine ausgezeichnete Figur und raffinierte Gesichtszüge.